Und damit willkommen zurück zu Ghostbayer Tokyo. Wie ihr hier unschwer erkennen könnt, ich bin Stupe 37, habe ich mal wieder ein bisschen hier das Gebiet abgegrast, habe noch die beiden restlichen Schreine gemacht, die es hier gab. War nichts überraschendes. Alles ganz souverän gelöst. Ein paar Relikte noch gefunden. Ich habe jetzt mal die Nebenquests jetzt sein lassen. Ich würde die machen, wenn wir dann hier sowieso mehr haben. Dazu müssen wir bestimmt erstmal hier im Norden irgendwo was erledigen. So ich habe meine Getter aufgefüllt. Wir gucken mal, was da überhaupt ist. Da sehen wir irgendwelche Lichter. Klüger schon. Das ist bestimmt ein Bosskampf. Ach du Scheiße. Ja. 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 Das ist auch ein Bosskampf. Genau die Verhandlungen. Das ist egal wie es dann ist, weil die Verhandlungen durchschauen können und der ballert und dann einfach einen rischenden Erfolg ist. Ich glaube schon. Wenn alle Menschen verschwinden, dann muss ich das levelsign. Wenn ich es oder kein Fall nämlich schon per Falle packe, dann muss ich sagen. Aber ja. Aber das ist nicht weg, wenn alle Menschen verschwinden. Ich glaube, es wird vieles mit der Verwaltung und der Verwaltung und der Verwaltung. Das ist das, was wir jetzt sagen haben. Ich mache nur zwei Spielstände, auf Sicherheit. Ich habe jetzt 41, übrigens Windkraft, also die zu schreien und, achso, noch zum zeigen, ich habe beim Inventar meine Windkenntnisstufe 2 jetzt geworden. Genau. Dann haben wir mehr Windkraft. So, na dann. Wann an den Speck? Öffnen wir die Spalte. Einfach mal eine Mauer öffnen. Respeck, sag ich mal. Da fallen die Steine, wie die auseinandergeglitscht sind. Ich bin hier in einer Höhle. Ich bin hier in einer Höhle. Ich habe diese Kraft, die ich anbieten habe. Ich habe es nur ein Ergebnis für sie. Ich habe auch keine Angst vorhanden. Ich habe keine Angst vorhanden. Ich habe nur ein Ergebnis für sie. Ich habe nur eine Superkraft. Die habe ich ewig nicht ausgenutzt, weil ich einfach mal Angst habe, ich brauche die mal in einem speziellen Moment. Vielleicht kommt ja der spezielle Moment gleich. Wenn wir zum Beispiel in einer großen Höhle sind mit einem... Ja, also wenn das nicht ein Bosskampf wird. Ja, würde ich sagen, wir wechseln schon mal auf Feuer. Oh, Gott. Was? Was? Keike! Wait. Where are you? Es ist ein Einwander. Es ist wirklich interessant, aber... Es wird bald sein. Es gibt noch keine Gelegenheit. Ich will nicht, aber ich will nicht sagen. Was? Was? Was ist ein Geist? Wiese beiden. Zwei auf einmal? Da kommt immer deine Maske. Was? Seine Frau und seine Tochter? Seine Hände sehen auch schon ein bisschen blau aus. Oh! Ich bin der Mann, ich bin der Mann. Nichts. Oh ne. So ne Scheiße. Wo ist die? Alleingang, sind alle Aktionen... Wir haben keine Geistersicht, verdammt. Für mich. Ich bin so ein Schiff mit KJ. Das könnte ich mir nicht mehr tun. KJ, KJ! Ihr ist ein schiffere Kraft. Ich bin der Hild. 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 Ich weiß nicht, dass ich das Gefühl habe. Aber ich kann es nicht tun. Ich wollte mich kämpfen. Mein Vater... Mein Vater... Mein Vater... Mein Vater... Mein Vater... Ich werde mich保fieren. Ich werde mich immer... Ich werde mich保fieren. Ich hatte lange... Ich hatte keine Frage. Aber... Es gab... Okay. Leute, dafür haben wir Fertigkeitspunkte gespart. Können wir irgendwas machen, wodurch wir schneller sind beim Schleichen? Äh... Hier? Ne... Das ist Ausweichen. Schaden an einem Gegner am Boden erhöht. Mehr Pfeile haben. Bogenschießtempo erhöhen. Ja, Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob ich von hinten das Siegel machen muss bei diesem Wesen. Keine Ahnung. Das Ballen sag ich schnell. Kann ich doch bestimmt hören. Wo sind Explosionsteile? Kann ich ran gehen? Ja. Okay. Und weg. Okay. Und weg. Und weg. Aber interessant, oder? So ein Bosskampf haben. Das ist wirklich... Wie ich bin. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich... Kann ich nochmal klein. Ja. Und weg. Und weg. Und weg. Und weg. Und weg. Wir machen uns gleich diese... Stelle. Das ist eigentlich perfekt. So. Was ist das? Hä? Oblige Schaden? So, kann ich da vorgehen? Ja, komm, komm, komm. Und von hinten. Wann bei. Wann ist das? Und zurück zu mir. Entschuldigung. Was? Was von allem ist egal, dass wir hier noch ganz cool weitermachen. Was schwer bist du denn? Gut. Eine riesen Seelenbesucher. Strom. Was ist das? 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 Das ist das. Wir haben jetzt den Untergrund. Das ist das Neue, dass wir die Anzeige haben. Eindämmungswürfel. Wir haben die Hälfte aller. Im Untergrund fehlt uns noch irgendwas. Also, lassen wir mal ganz kurz abziehen. Wir haben vier, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, Könnte sein, dass wir jetzt alle restlichen frei spielen können? Neben den ganzen Nebenquests, die wir haben. Ja, da ist einiges zu tun. Dann lasst uns doch wenigstens in dieser Hauptquest noch das eine erledigen. Nach dem Ende. Wie können wir da am geschicktesten Grad hin? An sich wahrscheinlich von dem Tori aus. Weil das könnte vielleicht noch eine besondere Nebenquests sein. Ich weiß nicht, ob ich euch da mitnehme, wenn ich dieses Tori reinige. Ich glaube, die waren jetzt auch nicht so sonderlich überragend. Ich würde immer mal den Finger am Aufnahmeknopf lassen. Aber ich glaube... Das Wichtige ist ja gerade, dass wir die Hauptstorin verschmallt kriegen. So, ähm... Ich wollte hier. Das ist schon mal schön. Ähm... Also ich muss sagen, ich fand jetzt die Grundidee von dem Bosskampf ganz cool. Die Umsetzung war halt irgendwie nur... Es war... Drei Mal. Und ja, er hatte mich im Untergrund... Konnte die mich finden. Aber... Ich ne... Vielleicht hätten eher so Siebenschwänze oder sowas gemacht. Und dann hätte sie sich... Wäre die immer aufmerksamer geworden. Mit allem. Wie hat er so ein bisschen noch das Fünktchen gefehlt? Aber... Coole Idee. Vor allem mal wieder gerade ohne Waffengewalt. So, und? Na klar. Ich habe keine Zeit, aber... Ich habe keine Zeit, aber... Ich habe keine Zeit, aber... Ich habe keine Zeit, wo ich ihn verraten habe. Kei-Kei-Kei-Kei-Kei-Kei-Kei-Kei... Ihr habt die Situation. Ich habe die Schlange hier. Danke. Da lang. Da kommt auch bestimmt mit der Miets ein bisschen schneller reisen. Okay, eine Rinko-Quest. Es wäre ja schön, mal ein bisschen wieder in der Richtung was zu erfahren. Das ist auch witzig, ab dem Punkt, dass man sozusagen die ganze Map auf einmal so vom Gefühl her offen hat. Macht mir auch so ein kleines bisschen Angst. Ist das eine Gegnerin? Ach ja, das war der, das stimmt, das war der Miets ein Spot. Ach nee. Ich will jetzt nicht campen. Ich würde gerne ruhig mich vor was bewegen. Perfekt. Wird auch nicht. Okay. Wir machen halt nur einen großen Mengen immer noch Probleme. Dieser Platz, den hatten wir schon mal. Das war in den Kirschbäumen, genau. Wo einer doch so ganz besonders rötlich war. Das ist die Tochter. Hä? Sie hat den Hund genommen. Noch mal ganz kurz den Marker aus. Woher geht's? Ach. Was ist da? Ach, was ich brauche viel. Also. Nur der Mann. Wo ist der? Wo ist der? Da. Da. Ich mach jetzt was hier So, weiter geht's. Jetzt sehen wir, dass Marco geht. Relativ bald. Wir müssen der ganzen Spur folgen. Lustig, dass wir schon wissen, wo es hingeht. Na gut. Ja, hier. Vorsicht. Kleine Wesen, die entlang laufen könnten. Links und rechts schön gucken. Soll ich überfahren werden bei diesem hohen Verkehrsaufkommen. Komm mal, ich komm mal da was essen. So einen Laden hast du den gebracht. So ein bisschen. Ja. Warum bist du hier eine Runde gelaufen? Hast du was gesucht? Futter oder irgendwas? Also Futter für den Kleinen, den du mitgenommen hast. Okay. Warte mal, sind das... Ach du Scheiße. Der ist aber ein neuer Gegner. Was bist du denn? Du bist riesig. Äh. Habe ich jetzt gerade die Spur verloren? Und dann? Ach da. Hier ist die letzte. Okay, erstmal das kleine, kleine Vieh wegmachen. Au. Vielleicht doch das große Vieh. Was? Kannst du? Was? Also ich kann daneben schießen. Das fände ich sehr gut. Okay, es macht tropfen Schaden. Okay, kein Leben mehr. Äh, kein Feuer mehr. Au, ein Riesenreichweite. Okay wir machen. Ich zockenlang. Ich wollte es lange aufspannen aber... Okay es kann... Ahh, es macht Eis. Es macht Eis schwerer wahrscheinlich. O Gott. Fotoschutzschild weiß ich nicht. Oh, warte mal. Irgendwas kann ich... Oh, ist das etwas? Ne, ist das nicht. Ist das dicke? Okay, heile es mal jetzt. Ich weiß nicht, ob wir klammern einen Schaden kriegen. Au, ich hänge irgendwo noch was. Ich schlank's nicht irgendwo rein rein, dann. Oh, warte mal. Ich hab wieder... Ich hab Feuer gekriegt. Alles gut, das ganze mit dem Eis. Oh ja. Alter, schön. Das ist ja das größte Vieh. Großen XP auch. Was ist da, warte mal. Das guck ich immer gleich nach. Jetzt hätte ich gerne wirklich, wer ist auf die Datenbank schnell gekommen. Was ist es denn? Erika hat man schon. Das möchte ich jetzt wissen, wieso ein Vieh genannt wird. Nee. Hier. Shiromoku. Besucher, die aus tiefen Neid und Missgunst entstehen. Sie verfügen über große, aber verfluchte Macht. Ihre Kleidung ähnelt altertümischen japanischen Hochzeitskleidern. Hey, der Witz. Ist das mehr so? Das war's, der Moment. Iiuiuiui. Oh ja, das war die dritte einhören, das zu verstehen. Ich habe auch mit Erika geschehen. Das ist gut. Ich habe keine Zeit. Entschuldigung. Wenn ich noch etwas sage. Vielen Dank. Ich werde das Wort geben. So, und zwar Zeit verschwendet von wegen. Nicht hier, Wahrzeichen, Sprachaufnahmen. Gute Nachfolge hier. Ich habe sie nicht vorgelegt. Ich habe sie nicht vorgelegt. Sie sind vielleicht nicht. Sie können sich nicht vorbekehren. Aber ich kann es nicht in diesem Situation. Aber ich kann es nicht. Wenn ich nicht, wenn ich nicht, es geht, wenn ich nicht, ich kann es nicht. Ich habe mir gefragt, dass ich zu mir. Ich habe mir gefragt. Ich habe die Frage, was ich nicht? Ich glaube, mit Ed wird auch noch was passieren. Ich weiß nicht, ob er irgendwie einer von den Maskenträgern ist, ob er noch geschnappt wird zwischendurch. Aber ich denke mal, irgendwas wird noch werden. Gut, damit haben wir aber auf jeden Fall jetzt erstmal wieder hier ein bisschen aufgeräumt. Und hier, hey, wenn jetzt überall diese fetten rumlaufen, dann habe ich ja riesen Bock. Aber wir haben ja einiges zu tun. Ich werde es demnächst erstmal ganz schnell hier oben erledigen. Kodama sowie die Jitsu-Statue. Ich werde versuchen, das Relikt zu holen. Die beiden. Dann das nächste von diesen Schreien reinigen und mal hier anfangen. Wenn irgendwas tolles ist, würde ich mich melden. Ansonsten erstmal hier schön abfrühstücken. Und sobald es dann zu Nebenquests geht, ja, melde ich mich wieder. Bis dahin, euer Landetor. Tschüss. gut gut